Was geht ab, YouTuber und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute wieder Leech of Legends zusammen mit dem Golden Team. Ja, hallo. Hast du eigentlich nen Namen eingeblendet oder nicht? Du warst eingeblendet. Na, ingame. Von den Spielern? Ja. Ja. Okay. Ich hab's immer ausgeblendet, weil mich irritiert das. Aber dadurch geht mir mal viele lustige Situationen flöten. Wo mir erst nach dem Spiel so auffällt, was die für lustige Namen hatten. Okay. Macht sie. Achso. Ja, Jungler aufgabe. Ne, wie ist das? Top. Ne, Mitte. Was? Hä? Lane ist Top Lane. Lane ist nicht aufgabe. Bande ich doch mal. Cool, denn die Gegner haben keine Tags. Wir müssen nur Shyvana stunnen und töten und dann haben wir gewonnen. Halt deinen Maul. Hehehehehehehe. Ja, was gibt's denn jetzt hier? Wessen Verstand wollen wir brechen? Welchen Verstand wollen wir brechen? Die von deiner Mama! Sandra braucht mich. Ich rufe mich so aus zur Ticken, Ruhe. Oh, nice. Hättest du das denn gesehen? Da glaubst du doch selbst nicht. Gibt mir die Sehle. Hä? Mit dir den Formula Level 2, what the fuck? Vito, please. Ah, Caitlin, ich wusste es. Mit dir hab ich ein gutes Los gezogen. Schön gefickt die zwei. Darf er das? Darf er das sagen? Er hat zerfickt gesagt. Alter! Geht mir grad ganz schnell auf den Pizza. Wer jetzt all in gehen kann? Mit Nachlauf. Mit drei Minions im Weg? Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht machen. Das kann ich ja nicht machen. Doch, warten bis 11.6. Okay. Hätt ich das gewusst, dann hätte ich sie doch töten können. Dass sie mich engaged. Konnt ja nur keiner erahnen. So, vier Sekunden, dann ist sie tot. Nein, scheiß Minions. Doch nicht. So ist die Minions. Jetzt denke ich dir. Okay, ich muss nun irgendwie... ...Railphone fixen. Das erste Blut, das ist für uns... Für Sven, what the fuck? Vollend 6? wenn ihr sie ultet, also wenn ich sie ultet sie sich selbst auch, das heißt ab level 6 werden uns gegenseitig wahrscheinlich nicht töten, oben der jungler immer sachen die ich nicht verstehen kann, man kriegt first buff, man hat einen riesen vorteil auf land und stirbt dann im nächsten wochen wir wollen einfach nur weg gehen oder save spielen lol, hier hingeschossen und seitdem ich gerade aufs farm war, dass der amunimor vorbeiguckt die war wenn sie nicht ultet bin ich fast, das ist ja so, lol, ach du scheiße 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 so schlecht so schlecht war das nicht, hab ich nicht mit gerechnet nee, ich mein mich ja lol, das war auch klar, aber ich bin so dumm ach Gott jesse, saue ich meine ulti wie sauer und wir gehen einfach nicht weg beides kaufen oder? was ist das? was ist der wert einer fähigen nein, was hab ich jetzt getan? ich krieg die kamera nicht mehr weg ah, jetzt dankeschön manchmal auch, du meinst bewegt oder was? ja ja, manchmal war auch ein bug, der bleibt bis du stirbst doch ganz witzig ja, aus der einzelnen Führung ist es ein 2-5-5 geworden die sata könnte auch bot tp'n oder sowas, ne? die hat tp hier, alter push jetzt hier mal rein und dann komm ich mal. können wir bot lane was machen? ja, würde mal schön, wenn ihr kommen würdest. ich bin mit laner, nicht jungler, mein freund. aber ich hab mitte mehr oder weniger verloren, deshalb müssen wir jetzt irgendwo anders kills schmoren. haben die da n wort oder da? weiß ich nicht. die sind grad ein bisschen weit drin. da rein, versuch was zu holen. okay, ich muss weg. wer weiß, es ist uns zurzeit um die samra smith. ich weiß nicht, ich hab boob auf. ich weiß nicht, ich hab boob auf. so, auf die richtung ist ein level vor mir. geil. hier. Das ist ein Krampus, Englund. Hm. Hm. Hmhmhmhm. Hast du das zu neuer Kate? Die ist gut. Okay. Weil die hat grad immer ne siebzigprozentige Ruinrate mit Kate. Ja, aber ich hab Mist gebaut. Das lag jetzt nicht an ihr, dass wir gestorben sind. Ganzes Level über mir. What the fuck? Da hab ich einmal Bot hingerannt bin. Hat Amu auch schon mal irgendwas gegankt aus der Toplane? Und Toplane hat er auch erst gegankt, als der andere tot war. Da hat er nicht mal mehr nen Assist gekriegt. Ah, die macht Schaden hier, Alter. Ja, pff. Oh, du bist ein first, ja. Äh, tausend siebzig brauch ich. Also könnte ich jetzt sogar weggehen. Was ist der Seelen meiner Seelen? Meine Seelen! Der Abfahrt am... Ja, rauf! Oh, was? Alter, ich ignite und er nimmt sich den Kill! Ah, Fixer, Alter. Noch kein Sorry um nix. Oh, Shyvana. Ich brauche nicht. Ich brauche nicht. Oh, ich brauche nicht. Oh, der Drache! Nein, schieß doch, Junge! Der macht Sinn. Ich hab leider kein... Aber kein Flame, nur ne Frage. Ich kann nicht weitergehen. Tamara ist auch irgendwo wieder... Wir haben den Drachen und zwei Kills. Ich bin zufrieden. Oh, Leute, was macht der denn? Was macht der denn? Ich hab 15 Sekunden... Geh weg! Das war doch klar, du Idiot! Ähm, ne. Ich weiß nicht, ob Kok mal geändert wurde. Das wollte ich fragen. Weil, dass du da stirbst, war relativ klar. Weil seine Scheiß-Ulti von oben ballert. Ich hab da gar nicht drauf geachtet, um ehrlich zu sein. Ich bin da reingelaufen sogar. Ich hab die gesehen. Dann hab ich, äh, geguckt. Ah, scheiße. Der braucht mal ne Laterne. Wollte vor. Und bin dann in das Ding reingerannt. Und, ja. War mein Fail. War nicht ganz fit. Ganz ehrlich. Ich bin auch ganz ehrlich. Ich bin auch ein bisschen müde. Und geh auch nach dem Spiel auch sofort ins Pit. Komm, mach was, Junge. Ja, schön, dass du mein Fusch einsammelst, Depp. Ich kann nicht ran. Oh, lol. Genau. Ich hab keinen Mana für ne E. Oh, doch ab. Boah, es sind immer noch 40 Mana. Ja. Oh, lol. What? What? Was ist denn mit dem Amu? Er macht alleine ein Triple Kill fast. Ah, jetzt ist das scheiß Ding so. Oh, sóguh. If, doch. Damit ist das nicht so cool. Oh, wer das mal hab ich rausил? Ja, Wollt. So温度 wird Mission берetiertes Dr Punk, die I'll come first and please do Ah, den hat er doch Dabei hat er das Tink-Item gebaut auch noch mal Ah, da ist sie wieder was baut sie sich? Morelos? The fuck? Hm, hm Come on, fuck it, nimm über mir Hey, push spotlane so hard Kann ich leider nicht Die Sandra könnte kommen Nee, die hat nur gewartet Shyvana kommt Warum hat die denn ihr hier nicht rausgebombst? Ah, schade Aber jetzt hätte sie auch vorher sehen können, dass da Vision drin ist Ah, nee, die kann ich nicht one-y-one Aber vielleicht macht Amu her Place Ah, Alter, es gibt's nicht Der macht so viel Schaden und ich werd so geslowed Wodurch? Achso, er hat da sein Scheißchen gekotzt Er war früher hier nicht geslowed worden Er war früher hier nicht geslowed worden Er war früher nicht geslowed worden Schöne Samumu schon hier, die ich hier gekriegt hat Oh je, oh je, oh je, oh jee Dich anscheiden Ihr habt ihn gerade gegeben Den Cock mal gut gefiedert Ja, als Maul Das war die dumme Kate Ich ping achtmal und sie geht nicht weg Wäre sie aber weggegangen, dann hätte ich wahrscheinlich doppelgill gemacht Alter, wo sterbt ihr denn? Warum seid ihr denn so weit vorne? Ah, jetzt ist da ein Wort dran Ich hab keinen Tower und wo stehen unter dem Tower? Das stimmt das Verhältnis nicht Wart dein Maul Äh, so nicht, du Oh, die Tower ist gleich weg hier Richtig schön, die Bronze Pings, Junge Alter, wenn das der Amu nicht sieht, was soll ich denn da machen, naja Oh, Ulti Gut Gönn mir die Ich komm noch ran Oh nein Willst du mich verarschen? Ich könnte Ah, da ist noch Tower Wäre da keine Tower hätte, würde ich hinterher flashen Scheiß Spelz Ich weiß nicht, wie lange das hält Ich dachte, das müsste man besser zünden Wenn man meine Ulti damit blocken will Hier ist Shyvana Was wollen den Drake machen? Ja, Shyvana direkt davor Und ich werde die jetzt mit Tower Zwei Sists, die ich hatte, hätte er Moody als Kills gelassen, hätte ich schon ein Item mehr Ja 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 Ohohoh! Vielleicht schon mal kommt was aus dem Busch. Ohohohoh! Das war gut von der Kate. War ein bisschen schlecht vom Svein, dass er das viel zu früh anmacht, aber... Alter, die hat 5-1, die Morgana. Kann ich auch nicht wollen, wie wir wollen. Äh... Da muss ich mich am... Ja, so hoch fehlen. Ja, den haben wir sicher. Ja. Ich glaub, ja, Leute, warum haut der denn noch Ulti raus? Die hatten nur... 2 Minuten cooldown. Mit Spielwerk vom Pett sinnlos über die Karte gerangt, zum dritten Mal dieses Spiel. Guck mal, komm! Ohohohoh! Ohohohoh! Na ja! Ohohohohohoh! Wie laufen wir da hin, jetzt? Ja, genau, die Sandra fokus, die ein Ulti hat. Das ist ja frech, dass ihr euch meine weh an habt, den scheiß Minion, ihr könnt damage machen. Die macht erst mal Minute 22 alleine den Bör... LOL! Hä? Der so hat... Achso, sie und Kogma hat's gemacht. What the fuck? Ah, der ist zu schnell weg. Ich brauch mehr Seelen, ich muss mir aushalten. Auf jeden Fall gegen den Kogma. Komm schon! Scheint tatsächlich nicht der Fall zu sein. Ich muss sterben? Gott. Wovor sein Stunt. Hier der Amumu den Kill, alter. Nicht ich oder Kate? Nein, Junge. Ah, ich muss back, wenn die mich ultet, bin ich instant tot. Seelen schafft irgendwie ja so auch nicht mehr, stelle ich Gott fest. Hier, die Caitlyn braucht Hilfe. Ah, da... Läuft die hin. Da ist sie. Ne, da läuft sie hin. Ah, sie läuft zu Kogma. Ah, die haben halt so Champions, die man im besten Fall nicht fieden sollte. Aber jetzt haben wir Mitte auf verloren, oh man, die können halt machen was zu wollen. Das ist halt das Problem an so mehr oder weniger skill-lastigen Champs wie die, äh... Na? Caitlyn? Äh... Ja, doch wie Caitlyn. Selbst wenn die gefeatet wäre, heißt das nicht, dass die was könnte. Weil das ist halt bei Kogma schon ganz anders. Der muss halt nix können. Der muss einfach nur rechts klicken. W, rechts klicken. Ah, die Caitlyn war aber nicht schlecht. Ah, die Caitlyn war aber nicht schlecht. Das ist Z-Wort-Scheißdinger, Joi. Was? Ja, wir haben halt einen einzigen Tower. Und jetzt machen die schon wieder Drachen. Ah. Amu bewegt sich halt auch nicht, ne? Na, wir werden jedenfalls nur mit Amu holt. Na doch, wenn... Dich One-Shot den... Oh, nice. Sehr schöner Hook für Sie, sehr schöner Hook. Oh, dankeschön. So, weiter, weiter, weiter. Ich bin Assassine. Das heißt, ich fang erstmal den Stunt. Ne, das heißt, ich guck mal, dass ich hier von der Seite irgendwie... Organa ein bisschen... ...die Arschloch-Line penetrieren kann. Ja, aber ich weiß nicht, was Zwing da wollte. Warum er unbedingt da back-TP'd? Oh, okay. Okay, okay. Oh, okay. Komm, zieh dir näher! Oh, okay. Oh, okay. Komm, lass hier die Lüge schreiten, gemeinsam verwinnen. Kommt die Alta einfach mal über die Wand. Ich muss den Prinzip auch runterholen. Also wenn ich guck mal mit meiner Ulti-Treff runter schotte ich den. Ne, das kann Luba versinken. Ich bin... Da bin ich gleich wieder ab. Ne, Minute noch. Da ist Morgana. Ah, ich höre mir ein Scheiß-Eward-Portel. Was das denn? Da kommen so Viecher raus, das macht damage am Tower. Also sie laufen los und machen den damage. So ist da irgendwo. Guck mal, ist in der Mitte, ne? Oh, der weißen... Ah doch, der weißen... Vielleicht gleich rein spielen soll. Problem ist, ich mach hier diesen scheiß Spanner of Command, wenn hier ist kein Schaden. Ja. Weil die halt Spell-Immun sind und bei mir sind's sogar Auto-Attack-Spells. Mitte, ne? Vorsichtig. Ja, und zwei Mann. Ich bin... Bessen Verstand von mir. Ja. 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 Lass Spot gehen, die werden da gleich alle sein. Ivana. Auf! Schlampe! Ohhhh... Wohl, sie regelt! kann man den einer töten ich sterbe hat noch kein sonja swurdy er kriegt nicht naja aber er hat auch geflasht und wir haben wir haben nicht gewonnen jasus nicht halt aber sie wird doch einfach stehen sie hätte nicht killen können und einfach einschätzen zeit zeit machen oder hat sie sogar noch flash die dumme uhr also die ziel zu spielen ist zurzeit aber auch beschissen ist fuck weil tanks so stark sind gut die gegner haben jetzt keine auf den das zutrifft man sehen glaube ich nicht wo wir gewonnen und halt drei tor hinten vier sogar So, wir sind jetzt bei 100 C Jetzt erstmal hier ein bisschen Vision in unserem Huff hier Boah, schon wie jeder Ja, das ist halt mit Shyvana und guck mal Du musst halt nix können, machst aber nur Auto-Attacks und hast Piraten und heilst dich da so dran hoch Wieso mir jemand erklärt hat, wie ein Assassine funktioniert Oh fuck Yasu kann ich ficken Du wirst gesehen da Das stimmt Ich kam leider nicht so schnell da hin, um meine Laterne zu schmeißen Ey, das war dumm Also, was heißt das war dumm Wäre Yasu alleine gewesen Hätte ich ihn getötet, aber Direkt hinterher so war die Sandra Sonja's Party Kogmar lebt immer noch, ne? Der quitt euch jetzt alle zur Rippen Ah, so ein High-Skill-Champion gegen uns Naja, All-Nuke-Champs schimpst dich, die haben nur zwei Nooke-Champs Die Warnung, guck mal Ja gut, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst Like da und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder Tschüss Au